so wo waren wir stehen geblieben den schlangenrufer wir müssen einmal hier hin das war einfach mit oben am hafen sprechen so 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 Untertitelung. BR 2018 So, mal eine kurze Frage, wenn ich jetzt hier M drücke, ja, wenn ich jetzt die Mission hier switche, bleiben die trotzdem da? Okay, dann ist das wahrscheinlich der hier, ne? Tja, welche Mission ist denn das jetzt? Mal sehen. So, lass mal hier. Er mag pflanzen, das ist schön für ihn. So, hier, es hat hier ein Knatscht. Was ist das hier? Das ist wirklich ein Knast, oder? Das ist halt schade, dass ich sonst nix zu holen ist, außer so ein paar Münzkisten. Okay, er mag pflanzen lieber als Menschen, sehr schön. Das ist jetzt die Nebenquest, ne? Warte mal, wir gucken mal gerade. Ähm. Missionsliste. Kann man das nicht irgendwie sehen. So, wir müssen zur Schlangenküste und wir müssen zum, den Schlangenrufer um Hilfen bitten. Und damit gerade diese komische Nebenquest, ne? Um. Okay. Das ist es richtig. Vielen Dank. Sie müssen nicht beide sterben. Okay, da ist die Burogrotte. Den haben wir doch gerade interviewt. Da gibt es da unten noch was. Und wir gehen erst mal zur Burogrotte. Das ist ja auch eine Main Quest. Das ist ja auch eine Main Quest. Ein Priester der Buro hält schauf. Das ist ja auch eine Main Quest. Kann ich das jetzt nur ausbilden, weil ich Eloi im Team habe? Das ist ja auch eine Main Quest. Was ist hier? Also hier ist ja jetzt wirklich gar nichts, was irgendwie eine Quest rechtfertigen sollte. Habe ich das jetzt hier oben quasi einmal machen müssen oder was? Ja. 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 der meere ein kampf wäre tödlich ich brauche die schlangen rufe die schlangenrufe sind bilge wassers letzte verteidigung wir rufen sie nicht leichtfertig du hast zuvor eine vision der götten erhalten hat sie dir noch eine geschickt nein hat sie nicht ich habe um ein zeichen gebeten eigenes urteil ja ich weiß dass es riskant ist die schlangen rufe schützen und vergraunichten mit ihnen ist nicht zu spaßen aber wenn ich erfolgreich bin können wir eine grauenacht direkt verhindern ich wünschte die götten würde mir noch eine vision schicken damit ich das richtige tun kann doch sie schweigt das richtige eine bitte nach den schlangen rufern liegt nur in meinem ermessen als verkünderin der wahrheit so hast dich entschieden und so soll es sein ich werde die hornbläser an die küste schicken die schlangen mutter leitet mich ich habe vertrauen in sie wie wir in dich ja ich bin gespannt tempel der läuterung betreten